Moin, ich bin Leon Weizel, komme aus der Region Hannover und bin eigentlich gelähmter Versicherungskaufmann, hatte da aber gar keine Lust mehr drauf und bin dann nach Afrika geflogen, weil ich durch den Urlaub in Kenia einen richtigen Kick bekommen habe, habe da eine Ranger-Ausbildung gemacht und das hat mich auch angestoßen, hier in Deutschland meine Träume zu verfolgen und das zu machen, wo ich wirklich Lust drauf habe. Und das ist Schauspiel. Also wirklich, ich habe richtig Lust, hier weiterzumachen, mir eine Zukunft damit aufzubauen, meinen Traum zu verfolgen und ich bin gespannt, was noch kommt.